Ich bin Gerda Borg, bin am 18.08.1920 geboren. Dass ich in die Richtung gehe, mit Kindern zu arbeiten, das habe ich schon gehabt, weil ich früher schon mit den Kleineren immer die Kinder verwahrt habe, wie der Westfale sagt. Nur mein Vater wollte gerne, dass ich auch Lehrer werde. Und das wollte ich nicht. Ich möchte die Kleinen haben. Und als ich in der Frauenoberschule im Kindergarten gearbeitet habe, habe ich gesagt, das ist mein Beruf. Und dann wollte mein Vater es nicht. Und dann habe ich gesagt, ich wünsche mir zu meinem 18. Geburtstag einmal, dass ich meine Zöpfe abschneiden kann. Die hatte ich nämlich immer noch mit 18. Und dass ich Kindergärtnerin werden darf. Und dann hat er eingewilligt. Ich Untertitelung des ZDF, 2020